Der Inselrhein Eine einmalige Landschaft zwischen Mainz und Bingen. Wertvolle Lebensräume für seltene Tier- und Pflanzenarten, Erholungslandschaft, Regionalpark und Kulturlandschaft zugleich. In der Natur erholen, Tiere und Pflanzen entdecken, durchatmen. Das Europa-Reservat Rheinauen Direkt vor deiner Haustür NABU Rheinland-Pfalz NABU Naturschutzzentrum Rheinauen Und die Fahrgastschiffer Drössler laden zu geführten Schiffsexkursionen entlang der Rheinauen ein. Auf dem bewirteten Fahrgastschiff Rheingau geht es entlang der Rheininseln zwischen Bingen und Eltville. Vom Fahrwasser aus erhalten sie Einblicke in das international geschützte Europa-Reservat und seine reiche Vogelwelt. Speziell in den Wintermonaten überwintern hier seltene Vogelarten aus fernen Ländern, die sie hautnah erleben können. Freunde der Fotografie erhalten eine besondere Möglichkeit für seltene Tieraufnahmen. Das NABU-Team moderiert die Exkursion und stellt ihnen die Schönheiten der Natur und die Besonderheiten entlang der Fahrstrecke vor. Ein besonderes Erlebnis für Naturliebhaber, Fotografen, Naturgucker und die ganze Familie. NABU-Rheinland-Pfalz www.nabu-rlp.de NABU-Rheinland-Pfalz